Und du, ah zack! Keep out! Kommen wir da irgendwie lang? Entschuldige Jimmy, den habe ich nicht gesehen. So, bevor ich jetzt euch... Kommen wir nicht weiter, hallo! So, jetzt habe ich jetzt beide... Natürlich, wie gewohnt, meine typischen Taktiken erstmal. Okay, und du machst das Schläfchen. Schläfchen! Perfekt! Sind beide eingeschlafen. So, du machst dann nochmal bitte die Knochenbrecher-Sache. Sind beide down? Oh, das ist auch cool. Also mit Jimmy komme ich gut voran. So, lass mich ganz kurz mal gucken. Ich weiß, dass ich es noch... Ja. Äh, den Basketball. Dann lege ich diese zwei Sachen mal wieder ab. Ablegen. 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 Holen wir den Basketball. Und der kriegt... Das hier. So. Da hinten komme ich noch nicht dran. Ist klar. Nein. Okay, zuerst einmal... Dann. So, erst einmal hier hin. Nein. Bleib zurück, ihr Leute. Was ist wirklich falsch mit den Knochenbrechern? Hilfe. Bitte. Mann, das ist Gary Nelson. Be careful, er kann uns immer noch nicht passen. Wir kamen zur Schule am Morgen nach dem Erdbeckern, um auf die Aufgabe zu informieren. Wir wussten nicht, dass die Schule wurde canceled. Wir hörten ein Geräusch von unten hier. Wir haben dieses Kreme-Güß. Es war überall. Es verändert die anderen Knochenbrechern. Ja, das ist schön, dass du ein Patsy-Ass-Hallway-Monitor in der facility bist. Ich habe etwas im Güß. Das... Es... Es... Ein schönen Tag, alles Eiz! AHH! Wie das Green-Güß-Hallway-Monitors macht sogar leamer! Wirklich... Schild... Schild... So, erst einmal dich. Du bist nämlich mies. Das gefällt mir echt... Nee, nicht. Das war überhaupt nicht ganz... Du hast gar keine Sache mehr, ne? Aber... Jawohl! Eyes on the apple. Machst du lieber! Gotta have a thick skin in my line of work. Okay, der ist down. Schönen Tag! Nein! Scheiße, der hat ein Schild drauf. Ich habe erneuten Angriff. Ich kann da nichts mehr machen. Ich hab doch... Ich kann die Galle from across the sea und, boi, are my arms tight. äh, dann gib mir mal bitte Stan. Ja, der kann mich mit seinem Schwer denken. Oh, fuck. Das ist nicht sein Ernst. Kannst du bitte irgendwie deine Buffs loswerden? Äh, danke. Die Buffs sind entfernt. So. Schild ist down. Ich bin fast tot. Ich bin schon wieder angewidert. Boah, ernsthaft. So, der ist down. Jetzt brennt er. Ja. Und wieder angewidert. Ach, leck mich. Zombie wiedergebohrt. Fuck. Übrigens, das reicht mir, wenn ich jedes... Ich hab mich ab, wenn ich ihn jedes Mal in Hals... Nee, dann kann ich ihm den geben. Weil der überlegt den nächsten Schlag sowieso nicht. Nee, den nächsten Kampf. Scheiße! Zeit. Wirklich? Na, komm. Ach du Liebe! Ich muss nur aufpassen, nimm ihn hier vorne. Äh, du musst dringend was kredenzen. Nimm mal das hier. So, jetzt bist du jetzt mal wieder gesund. Scheiße! Naja, du bist angewidert, dass es mir aber gerade schnurzt. Ach, schnurzt. Danke, ich dachte schon! Ich habe Waffenfertigkeit gekriegt, das ist schön. Das ist ein schwieriger Kampf. Und der heilt sich um 772. Scheiße! Beide heilen sich! Ach du Liebe! Der ist mir gerade mal krasser. Autsch! Scheiße! Ach du Liebe! Mein Unleben! So, damit ist der auch dran. So. Boah! Boah, nee! Da ist noch einer. Da hinten ist eine Kiste. Steh mich nicht dran drauf, oder was ist los? Doch. So. Hm? Hier war noch irgendwas. Egal. Okay, 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 okay. Interessant, interessant. Dann kann ich hier nicht... Schiss, Box. Ähm, muss ich doch da bleiben? Muss denn anders laufen? Ja, da durch die Tür. Das heißt, wir haben jetzt hier auch die Gangaufsichtssachen. Sachen. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Aua. Okay. Ich bin aber nicht schon wieder gegen irgendwelche... Schönen Tag! Schönen Tag! Schon wieder gegen Nazis! Wer dich... was?! Der war unfair! Der war unfair! Schnell! Schönen Tag! Schönen Tag! Okay, das Ding... Jawohl! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Schönen Tag! Okay, zu dritt sind sie. Die beiden hier vorne kriege ich mit dem Knochenbrecher hin, auch wenn die leider... Heut! Schild ist down..... Hm, du kannst cheat! Kann ich leider in dem Punkto vergessen. Du versuch's mal... das zu machen... Er hat sich wieder an Schild geholt! dass du sich dir wieder ein Schild holst. Das ist eine Sache, die gefällt mir gar nicht. Du bist down. Kümmert du dich bitte weiter um ihn hier oben, ja? So, machen wir einen down. Angewidert. Okay. Nein, tu ich nicht. Machst du lieber! Der ist angebrannt. Ich darf noch einmal angreifen, mach's natürlich nochmal mit dem Hammer. Mein voll Leben! Du bist auf der Hardwick's Death, aber sonst passt's. Ich verkauf das sowieso alles. Also, was ist das? Nekromantenrohbe. Sofort. So. Nehmen. Jetzt haben wir hier zwei Türen. Wir haben den Boiler-Raum und den oberen Bereich. Wir können doch mal kurz hier unten gucken. Wenn das jetzt so krass ist, gehen wir sofort wieder. Äh-ha. Interessant. Das Spiel, äh... bietet so viele Geheimnisse... von der Serie auch. Das ist der Hammer. Finde ich geil. Finde ich sehr, sehr nice. Dann gehen wir mal jetzt wieder hier hoch. Das glaubst du auch selber nicht, oder? Also, wenn ich so weitermache, ist mein Invent... Oh. Ähm. Hier kann ich nix mehr machen. Das heißt, dann gehen wir jetzt erstmal raus wohl. Aua, 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 au. Aua, 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 aua. Jo, aua. Alter. Was zum Fick? Was muss ich denn gegen Butters machen? Ja, ich krieg die ganze Zeit Schaden, das ist mir aber jetzt gerade so schnurz. Du wirst das so schnurz, Butters. Ich habe dich jetzt, Doosbeg. Ja! Du schnurz, Butters. Hey, Doosbeg, wie würdest du den Flam a Dogtube? Woah! Sie sind hier, bereit! Hey, Doosbeg, wie würdest du den Flam a Dogtube? Take cover! Sie sind hier, Butters. Sie sind hier mit deinem Namen. Sie werden das nicht verletzt, Butters. Hier ist es! Sie sind hier! Sie sind hier, oder? Hier komm ich ja nicht weiter! Ich krieg den Schaden durch Butters die ganze Zeit. Sie sind hier! Sie sind hier! Sie sind hier!